Also ich suche jetzt hier bei der Aufgabe den Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems. Ich habe hier die Erde, hier den Mond und Masse der Erde und Masse des Mondes und einen gewissen Abstand. Und wo ist das System? Ich fange jetzt mal an mit diesem Beispiel vom Spielplatz. Zwei Menschen sind auf der Wippe im Gleichgewicht, also es geht so hin und her, aber es ist ungefähr Gleichgewicht. Dann gilt M1 mal R1 ist M2 mal R2 und das gilt auch für Sterneplaneten, für alles. Also hier ist die Masse M1, die Masse M2 und wer schwerer ist, hat hier, das ist hier R2, der Abstand. Und hier ist der Abstand R1 vom Drehpunkt. Und wer weniger Masse hat, braucht mehr Abstand und wer mehr Masse hat, braucht weniger Abstand und das ist hier das Gleiche. Also die Erde hat mehr Masse und deswegen weniger Abstand. Der Mond hat weniger Masse und deswegen mehr Abstand und jetzt geht's los. Also die Masse der Erde mal R der Erde ist die Masse des Mondes mal der Abstand des Mondes von diesem Schwerpunkt. Und dann gibt es eine zweite Gleichung, nämlich dieser Abstand von der Erde, also der Abstand von der Erde zum Schwerpunkt plus der Abstand vom Mond zum Schwerpunkt. Die zusammen sind der Abstand, die sind R, also die sind 384.000 Kilometer. Und jetzt habe ich so eine klassische Aufgabe mit einer Gleichung, noch eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Ich kenne das Re und das Rm nicht, zwei unbekannte, zwei Gleichungen. Und jetzt kann ich zum Beispiel die erste Gleichung auflösen nach der Masse vom Mond. Und jetzt vielleicht baue ich das mal da runter, dann kann ich hier schöner bauen. So und los geht's. Also ich habe hier, ich löse nach R Mond auf. R Mond ist großer Bruch. Masse der Erde mal dieser Abstand der Erde durch Masse des Mondes. Und das setze ich ein. Hier. Also den Batzen da oben einsetzen. Dann habe ich. Also R Erde plus, und jetzt kommt das, ich mache es aus Prinzipien, Klammern, auch wenn das hier in dem Fall nicht notwendig wäre. Aber immer wenn ich was einsetze, mache ich Vorsicht, sage ich, eine Klammer. Ist gleich R. So. Und gesucht ist dieses Re, das klammere ich aus. Ich mache es vielleicht langsam aus, Klammern macht immer ein bisschen Angst. Also R E mal M E durch Masse Erde, Masse Mond. Ja, und ich habe das nur, das ist jetzt hier so ein Mal, also nach vorne. Und jetzt an der Stelle kann ich jetzt hier ausklammern und weiter geht's. Radius der Erde mal Klammer auf 1 plus Masse Erde durch Masse Mond ist R. Und jetzt geteilt durch die Klammer. Und dann habe ich es schon. Also, der Re, das heißt Abstand von diesem Schwerpunkt, ist hier 1 plus Masse Erde durch Masse Mond. Das da oben waren ja die, das waren die 384.000 Kilometer und die Masseneinsätzen und was kommt raus? 4.615 Kilometer. 4.615 Kilometer. So, und jetzt müsste man Folgendes noch wissen. Also, die Erde hat nämlich einen Radius von 6.370 Kilometer. Und dieser gemeinsame Schwerpunkt von Erde und Mond ist bei 4.615, also ungefähr, ja, gerundet. 4.615, machen wir 4.615. Ja, so, 4.600 Kilometer und damit noch innerhalb der Erde. Also, die Erde, die wackelt hier schon um diesen Schwerpunkt, aber der ist sehr dicht bei der Erde. Und der Mond ist einfach relativ leicht, genau. Und da kann man jetzt noch ein Prozent ausrechnen. Also, 4.600 durch 6.370 ist 0,72. Also, ungefähr 3 Viertel, ungefähr 75 Prozent, ja, befindet es hier. Genau, das ist ganz gut gelungen hier. 3 Viertel, 1 Viertel, da ist ungefähr der Schwerpunkt. Noch eine Ergänzung, diese ganzen Zeichnungen, die sind eigentlich hier immer ziemlich ungenau. Na, ein bisschen die Erde, ein bisschen genauer. Also, blau für die Erde, da, lila, blau. Also, blaue Erde, das ist der Durchmesser der Erde. Den Mond zeichnet man immer irgendwo hier ein, da man schön rechnen kann, aber der ist viel zu nah dran. Dieser Abstand, der Mond ist bei 30 mal dem Durchmesser. Ja, also, ich nehme hier diesen Durchmesser und da starte ich hier und dann habe ich einmal, zweimal und das passt hier nicht drauf. Also, da müsste ich jetzt, ah, ich kann nicht hier, oh, ich kann nicht hier. Naja, selbst OneNote tut sich hier schlecht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, eins, so, drei, vier, fünf und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ganz weit weg. Da ist erst der Mond. Und das nur, weil hier, also diese Zeichnung, die ist wirklich sehr, sehr symbolisch. Der Mond ist also sehr weit weg und trotzdem ist der Schwerpunkt nicht hier, so, nicht hier, sondern eben da, ungefähr. Genau. Ja.